Hallo und herzlich willkommen zurück bei Judgment. So, und dann, ja, wir wollten entweder die Mission erledigen oder Forschungsdaten suchen. Dann gehen wir mal Forschungsdaten blendern. Hier mal darunter. Revi, du machst jetzt Glückskopfgeld. Und wir überlegen uns mal, wo. Aha. Mhm. Mhm. Gut. Sieben. Moment, das will ich mir jetzt anschauen. Sieben Legionen. Ähm. Wobei Legionen relativ einfach sind. Da drinnen ist ein gefallener Engel. Na komm. Eine Legionen. Das heißt, sechs sind es noch. Mhm. Und noch viele andere. Hm. Da drüben noch ein gefallener Engel. Jetzt ist die Frage, was schießt er an? Natürlich den falschen. Shari holt den Engel. Jackson kann nicht mehr. Emsa auf den Engel. Mhm. So. Weck da. Weck da. Weck da. Weck da. Okay. Shari heilen, bitte. Wer kann denn jetzt noch? Karlchen. Chris. Hm. Kann noch wer? Luke kann noch. Mach ihn einfach, damit er fertig ist. Hm. Da hinten ist noch ein gefallener Engel. Okay. Das war er. Ui. Cool. Ein Lasergewehr war da auch dabei. Haben wir noch was mit viel Legionen? Hm. Vier gefallener Engel, fünf. Nee, das ist scheiße. Probieren wir es mal da. Ach ja. So, automatisch bloß nicht. Schon wieder so eine Karte. Ah, okay. Ah, okay. 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 Das ist nichts, was man unbedingt anschießen muss. Okay. So. Da oben brauche ich noch was. Hm. Shari magst du? Hm. Zwei Batterien. Okay. Okay. Eine Smith 500. Probieren wir es. Kurz verschnaufen und, äh, Angriff. Okay. Shari ist ganz vorne. Da ist zumindest mal nichts zu sehen. Okay. Machen wir es mal so. Blue. Okay. Da vorne war was zu sehen. Irgendwas zum Anschießen. Nö. Das war jetzt Quatsch. Blu und Karlchen. Karlchen. Das war jetzt unnötig. Und hat uns viel zu viel gekostet. Ach ja. Und mehr Rocks. Noch mehr Rocks. Okay, zwei Datendisks. Danke schön. Und jetzt nichts will nach Hause. Vier Datendisks. Okay, das gefährliche Gebiet haben sie durchquert. Passt. Was greift sie an? Achso. Gut, mit denen sollten sie ja so fertig werden. Ja, ich denke schon. Bringt's mal das Lasergewirr nach Hause. Finde ich gut. Und ein bisschen Glas. Vielleicht haben wir jetzt genug Glas für den Bunker. Jetzt sind's da. Ja, ich hätte genug Glas. Hm. Vier groß. Hm. Ist zu weit weg. Ich müsste eigentlich da mal probieren. Weg damit. Weg damit. Und weg damit. So, kann ich die drehen? Mit Punkt und Komma dreht sich das nicht? Ach du, nee, das geht nicht. Okay. Drehen geht nicht. Gut, dann müssen wir daher wieder Sandsäcke bauen. Okay. Herr Nobart, bitte gehen Sie den Bunker bauen. Herr Sebi, bitte gehen Sie die Sandsäcke bauen. Und ich schaue mal wegen der Forschung. So. Basismarkt, wenn ich das nächste bauen will, das bauen wir noch nicht. Genau. Computer. Ja, aber dafür haben wir jetzt gerade zu wenig Punkte. Maschinen für Kraftfelder und Glas. Das wäre schon ganz gut. Und bei Waffen. Sturmgewehre. Gut, damit haben wir hier die Punkte mal weg. Aloe-Eigenschaften. Aloe-Eigenschaften. Talisman der Ruhe. Puh. Ja, da bräuchten wir noch 100.000 Punkte. So. Haben wir jetzt noch welche? Ne, wir haben alle vier verbraucht. Okay. Aber wir können jetzt zumindest einmal Glas herstellen. Quarz. Kann ein Blindorn in der Savanne gefunden werden? Das ist die Savanne? Okay. Quarz. Das ist die Savanne? Okay. Schön. Das ist sehr schön, ja. Wie weit geht's im Bunker? Ach ja. 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 Na komm, Nubat, beeil dich. Basis. Bitte um Hilfe. Ja. Ja. Das ist schön, aber gerade nicht in unserer... 4.000 Punkte. Okay, das dauert. Ja, das haben wir gesehen. Können wir aber noch nicht herstellen. Sturmgewehre. Ein Sturmgewehr könnte ich jetzt bauen. Da brauche ich nochmal Forschungsdaten. Zwei. 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 Vier Forschungsdaten brauche ich noch. Was ist denn das dunkle Geister um Hilfe rufen? Ah, okay. Cool. Okay, also ich brauche noch ein paar Forschungsdaten. Und ich brauche noch viele Forschungspunkte. Das geht doch. wollen wir uns eine neue Kür oder sagen wir mal wir gehen da aufräumen ich glaube wir gehen einfach mal aufräumen quasi einfach mal für zwischendurch 6 Uhr in der früh das war jetzt vielleicht keine gute Idee sehr gut ich habe gesehen dass von euch nicht mehr alle Heilzeug haben ok und Jackson hat auch gut deckt euch mal ein hier wir könnten Rebi bitten Rebi Glückskopfgeld zu machen und hier geht es einfach da mal weiter da könnten einem direkte Dämonen schon leid tun also warte mal ich habe doch noch ein Lasergewehr oder automatisch Moment ich hatte noch ein Lasergewehr Siby magst du ein Lasergewehr dann hast du auch mal was sinnvolles in der Hand so machen wir da weiter sehr gut mach da weiter ja wir räumen quasi einmal auf automatisch ok und da ah Glückskopfgeld ist da sehr gut lohnt es sich jetzt vielleicht noch mehr geht auch sehr gut ja ich glaube das Team kann eigentlich schon ziemlich alles dort drinnen aufräumen vielleicht sollte ich sie wirklich in etwas gefährlichere Giganten schicken sehr gut sehr gut ok ok da gibt es auch nicht mehr viel Schaden es waren jetzt ein paar härtere Gegner dabei level up von wem Miss Pepper robust oder Bogen ne Bogen ist wurscht und Behandlung finde ich gut so ähm einmal da ja Siby 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 kann Dunkelrüstungen er hat aber noch keine Werkzeugwaffen äh Werkzeugwaffen Blödsinn achso hat er nicht ja dann geh halt da auf schnelle Heilung ok ach süß macht es das auch weg könnt es auch weg machen was habt ihr übrigens Charles oh eine Rüstung des Heiligen haben wir auch cool und ein paar so Anhänger ok ein paar Bücher die wir nicht mehr brauchen aber die können wir verkaufen Knobart kommt auch Wundbehandlung ich weiß nicht warum ich habe das Gefühl bei mir kann das nicht schaden ok diese Brennlinge stören auch nicht mehr 290 kunden was wohnt denn da ja machs weg ist ok weg damit kannst du auch weg machen dann kann man da ja weitermachen sehr gut das kriegst du hin und das da sehr gut damit haben wir auch einiges zum handeln für nichts nur die übernächsten Händler ja wenn ich es verschrien hätte was heißt denn du Kämpfangzug Tech-Rüstung natürliche Rüstung du hast eigentlich fast nichts was ich gerne hätte also das kann ich dir verkaufen und das und das und das aber du hast nichts was ich gerne hätte jetzt haben wir es 22 Uhr jetzt müssen wir aufpassen passt oh es ist aus zurückkehren ja aber für einen Tag Arbeit ist das doch ok finde ich kommts nach Hause wir könnten deinen Wald auch mal sauber machen level up P.T. mach mal auf Gewehre oh der Bunker steht cool äh Stoffe ok Stoffe Moment Jackson Stoffe wo waren denn meine ganzen Stoffe rein gute Frage nächste Frage ja ja ging sich halt nicht aus so Nobat kannst du das bauen dann müsste es ja Rewe bauen können dann da okay aber wo gehen jetzt echt meine Stoffe hin dann geht's ja den gullusk die 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 Klaus Frieda. Chinedra. Machen wir mal das, genau. Würde ich gerne, geht aber wahrscheinlich eh wieder nicht. Weil ich immer noch nicht rauskunden habe, wo der Stoff hingeht. Ja, das stört mich nicht. Hm. Wohin geht der Stoff? Nein. Da rein? In zwei Wasser. Okay. Level up. Feinde nähern sich. Noch mehr Abbaugeschwindigkeit. Ich bin ja jetzt dann gespannt, wie viele an den Bunker passen. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. 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 Wie viele gehen da jetzt rein? Nur einer? Hm. Das heißt, man könnte da so eine ganze Bunkerei machen. Hm. Ah. Ja, macht es fertig. Ja, ist okay. Da kommt noch einer. Ein Belial, okay. Also die Bunker sind schon praktisch. Okay, und dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, 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 Papa. Tschüss, 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 Papa. Tschüss, 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 Papa. Tschüss, 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 tschüss. Vielen Dank.